1, 2, 3 Das ist schon eine Blume, naja egal Auf jeden Fall spielen wir heute TTT Trouble in Minecraft Auch wenn es keinen Sinn ergibt, ich weiß Das müsst ihr den Lieben, komm mal in die Kommentare schreiben und fragen Was da los ist, warum das so heißt Das werde ich nicht mehr verstehen Wir spielen in der No Name City Es gibt ja so einen Tester, den seht ihr da hinten Da kann man reingehen, da wirkt man aber Ob man innocent oder ob man ein Traitor ist Die Traitor sehen aus wie innocent Sind aber keiner, sie müssen sie Innocent heimlich töten, sozusagen Ich glaube, ich sollte hier mal ganz schnell weggehen Und man kann hier halt Waffen aufsammeln Über Gary's Mod Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Ne Oh, Minigang Minigang Ich hab mich halt schon ein bisschen erkunden Ich hab halt noch nicht so viel Minecraft gezockt Aber ein bisschen musste man sich ja schon Ein bisschen erkundigen für die Videos Ein Holzschwert Was sind wir denn? Innocent So Ich kann zum Beispiel sagen, dass er ein Traitor ist Und er uns töten möchte Sei, sei bitte Inno Sei innocent Geh in den Tester Also da hinten gibt's so einen Tester Da kann ich noch mal erkennen Ich zeig's euch mal kurz Wenn die Lampen Wenn hier halt die Lampen angehen Dass man ein Traitor Oder kein Traitor ist Ach, da ist ein Knopf Habt ihr den gesehen? Nein Ich bin keiner Geil Geil Geil, Mann Du fliegst Du Hex Ich hab's nicht gesehen Geh rein Wir könnten ihn natürlich töten Aber das machen wir nicht Okay Okay Also ich würde ihn schon gerne töten Da hätte ich nichts gegen Äh, Tester Geh rein Geh da rein Du guck auf den Knopf Ich will die Lampen jetzt angehen Dann dürfen wir ihn töten Bitte Oh ne Oh, oh Geil Ich bin tot Wir hatten aber tot Das war so klar Das war so klar Das ist aber nicht schlimm Weil das ist einfach nur Mein erstes Minecraft Video Das muss ja einfach nicht super gut ankommen Ich will einfach nur sagen, falls euch das Video gefallen hat Das ist eine Bewertung da Und für Sie uns dann beim nächsten Mal Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was hier abgeht Auf meinem Channel Es wird in mein Kampf kommen Und die Flash Woche habe ich nicht mehr ausgedacht Mit Flash Games, die ihr mir hinten Also das Flash Video schreiben könnt Ich weiß nicht, falls ihr als Traitor ist Und er gerade gestorben ist Können wir mal schauen, was passiert noch hier Das können wir uns mal kurz angucken Ah, die F ist halt Detective Das bedeutet also, dass er so zu sagen Jeder weiß, dass er kein Traitor ist Das heißt, sie wird auf keinen Fall verstärken Das war so Und da Unter der da hinten so Hä, wo ist der? Hier war doch einer Traitor haben gewonnen Ach, es gab zwei Traitor Na gut Okay, GG Ihr seht Ich heiße Jumbo LP Hier Weil ich meinen Namen noch nicht geändert habe Weil ich fand das mal so richtig cool Weil ich halt mit Achnamen Jumbooth heiß Ja Warum hab ich nicht festgemacht? Wenn ich vielleicht auch irgendwann mal 10, was euch da interessiert Naja, nicht schlimm Bis zum nächsten Mal Wird euch noch einen schönen Tag Ciao!